Hey Sonja, du guck mal! Oh oh! Oh, ich weiß ja nicht, ich vergesse, du brauchst Sonnenschutz. Hast du ein bisschen dabei, ich brauch mich für 50. Ich hab Karottensamenöl dabei. Und Karottensamen? Ja, das ist mega, das ist total natürlich und schützt deine Haut. Hat einen Lichtschutzfaktor von 30 und ist perfekt, um dich jetzt hier ein bisschen zu schützen. Und ich geb dir mal was. Soll ich's mal probieren? Probier's mal aus, ja. 30? Reicht das denn? Ja, das reicht auf jeden Fall jetzt die nächste Zeit. Okay. Ich verreibe es in den Händen. Oh, das riecht so cool. Ja. Jetzt kannst du dich damit gut einreiben und dann bist du für die nächsten Stunden geschützt. Und das nimmst du tatsächlich für die Sonne oder für was nimmst du das? Genau, es bietet einfach einen perfekten Sonnenschutz ohne Chemie. Wow, das ist toll. Und das riecht total klasse. Ja, und wie bekomme ich das dann? Das kann man bestellen. Und nähere Infos gibt's unter dem Video. Okay. Habt ihr gehört? Also dann. Kameras. Ja. 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 Ja.